1. Herzlich willkommen zur virtuellen Buchmesse Saar. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude und Spaß bei der Erkundung der Lesestadt, beim Besuchen der Verlage und vor allem bei der Teilnahme an einem sehr interessanten Veranstaltungsprogramm mit diversen Themen wie Digitalisierung, Auswirkungen auf den Kulturbetrieb oder auch der Frage Kampf gegen Rechtsextremismus. Was geht uns das an und was müssen wir tun damit? Also insofern viel Spaß beim Besuch und den Organisatorinnen und Organisatoren einen herzlichen Dank, dass sie dieses innovative Format gewählt haben und damit auch der Buchbranche und allen leseaffinen Menschen einen Raum geben, um sich zu beteiligen und Spaß am Lesen zu haben. Vielen Dank.